Willkommen liebe Leute zu diesem kurzen kleinen Infovideo. Ich möchte es nur mitteilen, dass ich einen neuen Discord-Server habe und wie das ab jetzt bei Livestreams denn so funktioniert. Bis jetzt war es ja immer so, dass wir bei den Streams die Gruppe Gamma Codes LP genutzt hatten, die aber eben nur auf Szenenmitglieder beschränkt war. Das ist demnach pressend eher kontraproduktiv. Deshalb habe ich jetzt mit Hilfe von dem lieben MysteryFox dazu nochmal Dankeschön für die Hilfe. Auf jeden Fall werde ich mich nochmal persönlich bei Gelegenheit für die bedanken. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier auf unserem Server Sprachkanäle. 1, 2, 3, 4, 5 ist die Kammer aktuell. Und wir haben es jetzt so geregelt, dass bei Livestreams, es gibt den Sprachkanal Streaming, dass ihr dann alle, wenn ihr mitreden wollt bei Livestreams, in den Sprachkanal Streaming geht. Einen Link dazu habe ich euch hier in der alten Gruppe reingetan, wenn ihr auf diesen Link drauf geht, kommt ihr eben hier direkt in die streamen Gruppe rein, über die ihr eben in Streams mitreden könnt. Ne, die ist unbegrenzt, das heißt, da können 6.000 Leute mitreden, man braucht sie nicht umständlicherweise in die Gruppe rein zu tun, weil die eh sofort drin sind. Ähm, und das macht die ganze Sache einfach est, est einfacher, aus jedem Fall. Ne, ähm, falls es irgendwelche Fragen gibt, schreibt es gut in die Kommentare. Ähm, wir haben auch noch andere Sprachkanäle hier, sowas, aber aktuell benutzen Tumi nur den Streamingkanal und darüber tun wir uns eben fort, dann unterhalten. Zeitkanal gibt es auch, da erstelle ich nochmal welche, sondern bis jetzt nur generell in Game-Accounts, da tue ich auch nochmal ein gleicher Stellen, den ich auch, ähm, Streaming nenne, wo ich dann eben alles reinschreibe, was man, was ihr wissen müsst, ähm, über Streamen. Ich seh, bei Centermikrofon hier auf Discord aus, nicht damit die Leute sich irgendwie wundern, wenn ihr zuvielig rein sollt, in die Gruppe, weshalb ich denn hier, ja. Ja, ähm, wenn es irgendwelche Fragen gibt, fragt es entweder Miss oder den Mysteryfox, der ist nämlich hier auch Admin, also wir tun beide quasi zusammen, die Discord-Server betreiben. Wie gesagt, ich gebe nochmal ein großes Dank raus, sage es aber nochmal anders. Ja, das nur, damit ihr es wisst, ähm, heute Abend wird auch ein Livestream startet, das kommt aber gleich noch in einem Video, wo ich das alles erkläre. Ja, ähm, nur das war's einfach nur, ein kurzes Informationsvideo soll ich gewesen sein, wie ihr ab jetzt mit mir im Stream reden könnt, und das ist da halt mehr als hin. Leute, deswegen, dank des Sprach-Servers. Ich bedanke mich für jegliche Art der, ähm, Mann, es war jetzt so ein cooles Buch sagen, ich hab' ich vergessen. Äh, ich bedanke mich für die jegliche Art der Aufmerksamkeit hier. Ich hoffe, wir sehen uns natürlich später, oder, ja, gleich mal im Livestream, besten in dem Set eben. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal, und ciao!